Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play von Batman Arkham Asylum. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren, aber wir schauen. Wir gehen einfach mal. Oh. Direkt erstmal eine Schelle gekriegt, der Grimmie. Nix ist. Freund. Zack. Wiedersehen. Tschüss. Arrivederci. Bye bye. Was gibt's denn hier Schönes? Nix. Achso, das ist so ein Rondell hier, was man läuft. Ah, verstehe. Okay. Okay. Da könnte ich hoch. Was gibt's denn hier Schönes? Tolle Aussicht auf jeden Fall. Da können wir rüber. Wenn wir... Okay. Und dann... Was gibt's hier noch für... Nicht, dass hier irgendwie so eine... Ripple... Ripple... Naja, ihr wisst, wie er heißt, ne? Schnubbeltrophäe irgendwo rumsteht. Darüber bringt ja gar nichts. Was soll mir das bringen? Oh, guck mal. Wenn ich jetzt... Ah, das habe ich leider nicht. So ein Schaumstift. Äh, schade. Okay, da könnte man theoretisch rein. Interessant. Alles klar. Haben wir natürlich nicht diesen Haken, um das Gitter wegzuziehen. Noch nicht. Ich weiß, dass es später einen geben wird. Aber aktuell haben wir noch keinen. Deswegen... Machen wir das so, was wir haben, ne? Das ist wahrscheinlich, wenn du noch... Nochmal durchlaufst. Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich. Aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Der ist aber klein, der Junge. Oh, shit. Aua. Hört da mal rein. Alter Schwede. Okay. Ah, und dann rennt er da so gegen die Wand. Und dann kann ich bestimmt hauen. Jawohl. Das geht. Wir machen ihn einfach links. Ist der laut. Oh. 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 Wie. Ich sehe. Aua. Oh. Oh. Au. Der ist aber hart. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist jetzt los? Oh. Du wirst langsam zu ausrechnen, Bobbets. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkem angeflogen. Du wirst sehen, ne? Ich bin hier drüben. Glückwunsch, du hast ein Vintech-Upgrade freigeschalten. Aber dann ist das doch die XP-Anzeige, genau. Fühle die IP-Anzeige, um den Budsweet und deine Fähigkeiten zu verbessern. Wähle dein Upgrade im Vintech-Ausfallbildschirm aus. Was haben wir denn alles? Spezial-Kombo-Wurf haben wir. Kombo-Bettering. Kritische Kombo. Umgekehrtes Ausschalten. Panzer-Upgrade, das ging schon mal gut. Das ist Nickel-Verkehrt, dass wir ein bisschen mehr Rüstung haben. Angesteuerte-Bettering. Oh. Okay. Ich glaube, ich werde erstmal in die Rüstung gehen. Einfach zusätzlichen Schutz zu haben, ne? So. Warum auch nicht? Oh, das ist ein Riley-Trophäe. Äh, Riddler-Trophäe. Wie komme ich auf Riley? Riddler-Trophäe. Riddler-Trophäe. Ich bin hier drüben. Ich gucke mir. Ja. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem. Ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Ja, dann mach das. Okay. Hier stimmt was nicht. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus. Ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tada. Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen, durch die du kamst. Tut mir leid. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Ja, dann gucken wir doch mal, ne? Das machen wir doch. Dann gehen wir zurück. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat einen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich bitte. Wir sind ja schon dabei. Wann mal, wie war jetzt die Map? Ne, das waren jetzt Fakten. Harte. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Ich lache vor dem... Geh mir mal. Herrlich. Rinder. Was gibt's denn hier Schönes? Nix? Gar nix. Dann gehen wir wieder raus. Ist ja gut. Da vorne sehe ich auf jeden Fall zwei... Schläger. Einer hat sogar eine Eisenstange in der Hand. Ist aber nicht nett, was jeder macht. Das tut weh, du Schwein. Das ist die Fledermaus. Das ist... Dein Gesicht wird ganz schön bluten. Du wirst bluten. Immer diese Gewalt in den Spielen. Ach. Okay. So. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell bos gehört? Genau. Dann gucken wir doch mal. Was wir hier finden können. Ah, da hinten ist was. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ich kann Alkohol-Spuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zur Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Dann gehen wir mal... Habe ich da durch? Ne. Aua. Au. Wollt's mal testen. Okay. Hier müssten die Spuren wahrscheinlich auch irgendwo zu sehen sein. Jawohl. Da ist er schon. Der Alkohol-Duft. Der Alkohol-Duft. Bahne. For Bowls. Telefon. Oh, warte mal. Das ist wieder XP. Okay. Hallo, was ist da los? Ich versuche es tief zu erreichen. Ist der da? Einen Moment. Ich schaue nach, ob ich ihn finden kann. Oh, danke schön. Tut mir leid. Ich habe überall gesucht. Aber ich kann nur seinen Kopf finden. Ich melde mich, wenn ich den Rest von ihm finde. Oh. Was ist denn jetzt? Joker wieder, ey. Was ein... Was ein liebeswerter Mensch. Was stimmt nicht mit diesem Ding? Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker freiget... Sei still. Was ist los? Ha! Oh, 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 Batman. Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Was ist los? Oh, 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 oh. Du bist da unten gefangen, willst du uns in der J-Pan-Pan? Han-Pan-Pan! Okay, dann, äh... Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich Ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwo hochkraxeln wieder, ne? Gucken wir mal, ob wir da irgendwo hochkommen. Na, hier. Er hat ja sein Kletterseil dabei, von daher gar kein Problem. Laufen und... Achso, das wieder. Angle dich... Ah, okay. Die wollen es ja an all den Wachen vorbeikommen. Hören wir mal zu. Hey, Frank, wo warst du? Es kommen noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anstaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell. Zertampf kommt schon sicher in den Haupteingang. Wie viele sind es, Bones? Was machst du dir zum Teufel? Weißt du was? Bones! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was machst du Teufel? Quinn, es ist sicher. Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber. Du bist wie einer, Frankie. Ein Mädchen könnte sich in einem Wiesig verliehen. Flirte nicht mit der gemieseten Hilfskraft, mein Liebling. Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht mitkommen. Keine Angst, Süßer. So weit ich hab nur Augen für dich. Hast du das gehört, Bats? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Hä? Wo geht's denn jetzt hier weiter? What? Bin ich jetzt blind? Warnung. Alle Patienten sollen sich ruhig verhalten und die Hände mit den Kopf erschränken. Da hab ich noch den Sprengstoff nicht für. Gehen wir einfach mal hier weiter. Ach, das ist einfach nur so ein Secret. Okay, alles klar. Verstehe. Wir hangeln. Jawohl. Was werden wir tun? So, jetzt hier hoch. Hier rüber. Warnung. Multiple Sicherheitslücken auf Ebene A6. Und dann geht's irgendwo wieder weiter hoch. Hoffe ich doch. Äh. Ja. Krimi sieht's mal wieder nicht auf Anhieb, wie immer. Äh. Je. Ist ja nix Neues. Irgendwo muss es weiter nach oben gehen. Warnung. Die Intensivbehandlung von Arkham ist auf Kaut. Ach, hier. Uh, das ist aber Stück. Okay, alles klar. Äh, haben wir das doch schon. Wunder, Bärchen. Einmal klettern. Einmal ducken. Oben sind auch schon ein paar Leute, die auf mich warten. Wunderbar. Freue ich mich. Okay. Schlüsselte Nachricht. Geist von Arkham. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt. Und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Okay, das sind wieder so Sammlerstücke. Gibt's Schläge, meine Freunde? Schläge! Da muss ich dich, was? Batman, wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Ich denke mal, die Türen bleiben zu. Jawohl. Dachte ich mir. Das heißt, wir können auch nur durch das Gitter, das ich schon gesehen habe, da vorne. Das hatte ich schon im Blickwinkel. Und dachte mir, das fand... Schon? 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 Und du? So. Bitte. Ich habe ein Kind. Sie wissen, dass... Oh, wow. Ich muss es nicht. Ich bin es aber. Okay, der muss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot. Oracle. Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklingt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Masken-Sichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Oh. Kommt die Kledermaus wirklich hier lang? Ist doch egal. Er steckt eine derbliche Praxis hier rein und wir bürzen sie weg. Wäre dich einem Opfer geduckt, um in Reichweite für ein lautloses Ausschalten zu kommen. Okay. Hm. Was? Und die kriegen das nicht mit? Ich meine, das hört man doch, oder? Oder? Auch diesen Schlag allein schon. Okay, das nicht. Warum ich die mitnehme, ist immer XP. Ihr seht es links oben. Ist der XP-Balken. Alles XP. Da ist noch irgendwie eine Wache. Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg. Du musst eine Falle aufstellen. Ihr darf das Gebäude nicht verlassen. Verstehst du mich? Sieh nur, wer das ist. Na? Brennen deine Spitzenohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Imitiert dauernd meine Lache. Das finde ich nicht gut. Er lacht genauso, wie ich singe. Ding, 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 dong. Die Anstalt von Arkham steht jetzt unter neuer Leitung. Jetzt kommt eine kleine Übersicht, was so alles passiert. Irgendein Idiot, der sich als Ledermaus verkleidet hat, brennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Heilung. Dann gehen wir mal umgucken. Dann machen wir hier mal so einen Gleittritt. Hier so, ui. Und gleich wieder weg. Nicht, dass die mich erwischen. Oh, shit. Da ging er. Wow. Weg. Das ging er jetzt voll in die Hose mit dem Gleittritt. So, Freund. Tschüss. Dachtest du, das wird so leicht, Benz? Ich hab noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Ja. Gucken wir mal. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus. Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los. Hab ich euch nie was darüber erzählt, wie ich mit Batman oben auf der Bibliothek von Gotham gekämpft habe? Wirklich, er ist gar nicht so schlimm. Er ist ein Nichts. Wahrscheinlich nicht mal ein Mann. Jetzt muss man aufpassen. Ich glaub, der kommt da auch. Nee, kommt da nicht. Kann ich den nicht irgendwie? Jetzt. Und weg. Ui, 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 ui. Schnell weg. Der hat mich entdeckt. Wo sind denn die? Achso, die sind beide im Raum. Okay. Ja, sucht mich mal. Ist nervös. Das ist klar. Ich bin auch nervös. Hör zu, Männer. Ich bin ziemlich sicher, dass das Gerücht, dass Batman Menschenblut trinkt, Wahnsinn ist. Glaub ich zumindest. Wird er hier raus? Das wär gut. Dann könnte ich ihn mir gleich schnappen. Ui. Und direkt weg. Ui. Abflug. Er geht jetzt erst mal gucken. Was ist hier los? Von hier komm ich besser runter. Die Anstrahlung? Wundert mich nicht. Ich meine, du bist in einem Raum gefangen. Deine Freunde und nateinander ausgeschaltet. Und jetzt gibt es nur noch euch zwei. blöde Heizkessel. Ich hab mir vor Angst, was ich in die Hosen gemacht habe. Hallo. Hier bin ich. Sehr schön. Ja, und das nächste Mal, ne? Wir wissen ja Bescheid, Joker. Das ist ja okay. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Oh. 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 Das ist schlecht. Aber gut. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nygma. Der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Hahaha. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst zehn. Bereit für die erste? Gut. Aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Was? Du hast es also geschafft. Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Zerstöre zehn dieser lästigen Klappermäule. Ich habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Dein Rätsel hat viele Seiten. Na gut. Ich bin hier drüben, Batman. Okay, Wunderbärchen, perfekter Ort, um zu sagen, das war es in diesem Let's Play, ihr Lieben. Ich bedanke mich, dass ihr wieder fleißig zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, irgendwelche Vorschläge, Kritiken, was auch immer, ab in die Kommentare. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr das noch nicht getan habt, würde ich natürlich über ein Abo freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Let's Play zu Batman Arkham Asylum. Macht es gut!